jo leute was geht und willkommen zu einem neuen video von mir heute machen wir eine kleine food tour durch kiel ich zeige euch heute mal ein paar standorte wo ihr essen könnt falls ihr mal her kommt und ja let's go ja wir sind jetzt angekommen beim ersten standort hier sind wir jetzt gerade bei erdai erstmal ganz klassisch gehen wir erst mal pommes essen wollen eigentlich auch döner essen aber das wäre dann zu viel fürs video weil wir ja noch an anderen orten noch essen gehen und ja ja wir haben jetzt unser essen bekommen ich kann nur sagen hier sind die pommes wirklich die besten pommes die ich hier gegessen habe hier in kiel die schmecken unnormal lecker und auch wenn ihr jetzt hier Döner essen möchtet oder so würde ich euch auch raten hier wird auch nicht gegeizt mit den saucen wenn ihr jetzt hier Döner bestellen möchtet also ich kann euch nur diesen laden empfehlen die pommes sind hier wirklich die besten die ich hier gegessen habe ja wir haben auf jeden fall jetzt fertig gegessen und gehen jetzt auf jeden fall zum nächsten laden seid gespannt ja wir gehen jetzt zum nächsten laden wir beide haben jetzt gerade Durst und deswegen wollen wir bubble tea trinken und da habe ich mir jetzt gerade gedacht kann ich euch mal den besten bubble tea laden zeigen hier in kiel ja wir sind jetzt hier beim bubble tea laden angekommen wir werden jetzt erstmal unsere bestellung machen und danach werde ich euch sagen was ich genau bestellt habe und ja bis gleich so ich habe jetzt mein bubble tea bekommen ich habe iced mango genommen mit leechi also diese toppings die man hat habe ich leechi genommen mango und apfel und ja ach so was ich vergessen habe ist euch noch zu erzählen wenn ihr jetzt hier so ein bubble tea gekauft habt egal von wo ich glaube das ist egal macht auf jeden fall das hier wenn ihr das ganze leer getrunken habt und nur noch toppings hier drin habt dann saugt einfach einmal die ganzen toppings auf warte da könnt ihr eure freundin beschießen mit dem schoheimbruch so wir sind jetzt auf dem weg zum nächsten laden wir gehen jetzt zum wiener grillhaus und werden da jetzt burger essen schreibt mir mal in die kommentare welcher winkel euch mehr gefällt ob ich jetzt so filmen soll oder dass man mein gesicht zieht sagt mal bescheid so wir sind jetzt angekommen beim wiener grillhaus und ja wir werden jetzt erstmal unseren burger bestellen und danach film ich weiter so hier haben wir unseren burger wir haben den eben gerade bekommen ich habe den hot chili cheese genommen so ich probiere jetzt einmal meinen burger einfach perfekt so ich habe jetzt fertig gegessen und ich muss sagen der burger war wie immer wieder sehr lecker was ich euch hier beim laden empfehlen kann ist einmal der hot chili cheese burger und der hot chicken burger das sind meine all time favorites und ja jetzt gehen wir zum nächsten laden so und zum abschluss gehen wir jetzt zum restaurant cafe lounge und essen jetzt baklava so unser nachtisch ist angekommen wir haben baklava bestellt so unser nachtisch ist angekommen wir haben baklava bestellt ja ich probiere einmal oh jetzt sieht schon mal richtig knusprig an so boah ist echt lecker das war jetzt meine erste food tour oder überhaupt mein erstes video also falls ihr irgendwie verbesserungsvorschläge habt oder so lasst es mich auf jeden fall wissen ich würde mich über verbesserungsvorschläge freuen und ja haut rein tschüss hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020